So, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Your Mission an diesem wunderschönen Mittwoch und ja, ähm, alles Gute zu 2014. Ich hab das jetzt, äh, sozusagen voraufgenommen, weil ich kann das jetzt nicht an den selben Tag machen, weil ich, also das ist ja immer noch der 31. und ich werde morgen ziemlich kaputt sein. Ich glaub nicht, dass ich morgen es schaffe, ein Video zu machen und deswegen mach ich das jetzt hier. Wir spielen jetzt der dumme Ruti-Sav. Ich hab mich ein bisschen mit diesem, äh, Mission-Namen ein bisschen, äh, nachgedacht. Nein, Ruti-Sav, ich hab mir so die ganze Zeit dran gesessen, ich so, scheiße, was soll das bedeuten? Dann hab ich bemerkt, Basitur rückwärts gesprochen. Ruti-Sav, Fasitur. Ich bin nicht dumm. Nein, Spaß. Ein bisschen. Nein. So, spielen wir die Mission der dumme Ruti-Sav. Nein, der dumme Ruti-Sav. Ein ganz normaler Tag in der Grove Street. Ganz normal. Pff. 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 Hole Street from Proud Art. Ich wüsste, dass dieser Tag kommen würde. Pff ist gerade passiert. Kamen gerade ernsthaft Autos einfach so vom Himmel. Pff. fuck hier du möchten du spüren kraft von dildo du spüren kraft von dildo du spüren kraft von dildo spüren komm her du wirst jetzt dildoisiert oh je welche von den geilen wagen nehme ich denn jetzt ich würde mal sagen dass hier hier ist so eine geile nutten schlur also ludenschleuder nein kennt ihr vielleicht den film austin powers check it out baby hier das ist ein richtiger zuhälter karte also holen wir jetzt mal sieht vom frauen also jetzt wie vom frauen hat es da wo ist eigentlich frauen hat sich denke mal dass ich denke mal das ist dort beim krankenhaus oder das ist so scheiße wieso ist das jetzt bätsch pro officer bräuch was ich du ich bin ich irgendwie so eine art cheater oder so wusste ich doch sands all sands general hospital fuck yeah Und wie war es beim Frauenarzt? Wie war es beim Frauenarzt? Der Frauenarzt hat schlechte Neuigkeiten für mich. Aha. Und welche? Ich kann nicht schwanger werden. Keine? Ich kann keine Kinder bekommen, oder? Oh nein, wie willst du das Ryder erklären? So. Ich glaube, Ryder ist ausgeflippt. What the... Ich hole mir nur noch was zu essen. Oh, nicht schon wieder der Waffenladen. Hallo, ich möchte gerne einen 9000-anon-Remic zu mitnehmen. Ruti-Sav. Okay, ich heiße übrigens Ruti-Sav. Hm, der Name sagt mir gar nichts. Lies mal meinen Namen rückwärts. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das heißt, du bist... Tadadadada... Oh, war sie zu. Jupp. Yeah. Sieh so fucking sexy aus. Kriege ich jetzt 9000-anon-Remic? Okay. Klar, hier essen oder mitnehmen. Du hast jetzt einen 9000-Erik Steig in deinen Wagen What the f- Was zum Teufel mach ich hier oben Waaaaa Okay Hey 9000-Erik Hast du Lust zu spielen? Komm her Oh yeah Oh, gefällt dir das? Oh, du möchtest mehr? Okay, oh Oh yeah, du möchtest das wirklich haben? Nein Ist das Sweet dein Wagen? Ist das nicht ein Ghost Car? Sweet, warum haben wir einen anderen Wagen? Wieso ist er ein Mensch? Entschuldigung, ich hab mir in die Hose gemacht, da roch der ganze Wagen nach Okay, schon gut, fahren wir nicht nach Hause Okay, YOLO Modus activated Ich bin ein großer Junge Das war die schlechteste Mission, die ich je gespielt habe Und diesmal kommt nicht Grillstreifen Gesicht und Verdammt, woher weißt du, wo ich bin? Ich beobachte dich 24 Stunden Ende Advent, Advent, ein Lichtlein brennt Erst eins Dann zwei Dann drei Und dann vier Dann vier Dann steht die Feuerwehr voller falschen Tür Hey, wollen wir reingehen und ein bisschen Reden? What the fuck? So, mein Kommentar an euch Ich verpisse mich jetzt, bevor das hier alles in die Luft fliegt Das ist Das ist ... ... ... ... ... ... ...